Hallo! Das nächste Mal, wenn du einen Raum betrittst, gehe so rein, als hätten alle schon auf dich gewartet und würden sich freuen, dich zu sehen. Weißt du warum? Weil es so ist. Und damit das auch alle sehen, läufst du in den Raum, als hättest du wunderschöne, große Engelsflügel auf deinem Rücken. Auf die passt du auf, mit denen läufst du erhaben, selbstsicher und schön. Und selbst wenn du sitzt, achtest du, dass diese Engelsflügel deine Engelsflügel nicht knicken. Immer mit einem aufrechten Gang. Dabei lächelst du freundlich und schaust in die schönen, freundlichen Gesichter der Menschen. Und viel mehr musst du gar nicht machen. Der Rest tut sich von alleine. Bleib immer wertschätzend. Herzlichst, deine Bethel.